Hallo und willkommen zu einem Beispiel zur Überprüfung linearer Modelle. Eine Funktion f wird durch die Funktionsgleichung f von x ist k mal x plus d und k d Element aus r und k ungleich 0 beschrieben. Kreuzen Sie die für f zutreffende Aussage an, beziehungsweise zutreffenden Aussagen an. k ungleich 0 bedeutet, dass es sich also nicht um eine konstante Funktion handelt, sondern um eine steigende, beziehungsweise fallende lineare Funktion. Versuchen wir uns solche Funktionen grafisch zu veranschaulichen. Es kann sich also um fallende, beziehungsweise um steigende Funktionen handeln. Die eine oder andere Aussage lässt sich jetzt schon relativ schnell aufgrund der Grafik, die wir dazu gebaut haben, beantworten. f kann lokale Extremstellen haben. Die erste Aussage, eine lokale Extremstelle würde dann vorliegen, wenn in einer Umgebung ein Wert entweder der kleinste oder größte Funktionswert ist. Das haben wir entlang einer streng monoton steigenden, beziehungsweise streng monoton fallenden Funktion nirgends. Also ist diese Aussage nicht zutreffend für lineare Funktionen dieser Form. Die dritte Aussage, f hat immer genau eine Nullstelle. Sehen wir uns das im Verlauf für diese eingezeichnete fallende an, so stimmt das. Es stimmt aber genauso für diese prototypisch eingezeichnete steigende lineare Funktion. Die Nullstelle wäre etwas weiter links. Lediglich konstante Funktionen, die verschoben sind, hätten keine Nullstelle. Diese Funktionen haben aber immer eine Nullstelle. Das lässt sich schon grafisch sehr leicht erkennen. Die letzte Aussage, die Krümmung des Graphen der Funktion ist Null, lässt sich auch sehr schnell beantworten. Nachdem die Steigung konstant ist, Steigung interpretiert nun als erste Ableitung, ist die zweite Ableitung, die ja Aussage über die Krümmung gibt, klarerweise Null. Also die Krümmung der Funktion ist auf jeden Fall Null. Bleiben noch die beiden anderen eher formalen Aussagen zu überprüfen. f von x plus 1 ist f von x plus k. Sehen wir uns diese Aussage an, so möchte ich zunächst f an der Stelle x plus 1 notieren. f an der Stelle x plus 1, das heißt anstelle des Arguments x, haben wir nun x plus 1. Das heißt, multipliziere ich hier noch aus, ergibt sich k mal x plus k mal 1 plus d für den Funktionswert an der Stelle x plus 1. f von x ist laut Definition k mal x plus d. Bilden wir also nun f von x plus k, also die rechte Seite dieser Gleichung, so sehen wir, dass sich k mal x plus d plus k ergibt. Und diese beiden Ausdrücke stimmen überein. Das heißt, auch diese Aussage ist als zutreffend anzukreuzen. Rein anschaulich wäre auch das relativ rasch zu beantworten gewesen, denn das ist ja geradezu die Definition der Steigung, dass wenn das Argument um 1 erhöht wird, die Funktionswerte um k steigen. Kommen wir zur letzten zu überprüfenden Aussage. f von x2 minus f von x1 durch x2 minus x1 soll die Steigung k ergeben. Wenn klarerweise x1 und x2 ungleich sind, sonst könnten wir hier nicht dividieren. Sehen wir uns auch hierzu die entsprechenden Werte an. f an der Stelle x2, wir setzen also statt x, x2 ein, ergibt k mal x2 plus d. f an der Stelle x1, k mal x1 plus d. Subtrahieren wir nun die beiden, f von x2 minus f von x1, so fällt das d weg und es bleibt also im Zähler k mal x2 minus k mal x1. Der Nenner lautet x2 minus x1. Wie man erkennen kann, lässt sich nun im Zähler k herausheben. x2 minus x1 bleibt als Faktor übrig. Im Nenner ebenso x2 minus x1, das sich nun kürzen lässt und tatsächlich ergibt sich bei der Division die Steigung k. Auch diese Aussage ist zutreffend. Auch hier hätten wir rein anschaulich vorgehen können. Das ist nichts anderes als die Definition des Differenzenquotienten. Und bei einer linearen Funktion ist dieser Differenzenquotient, egal in welchem Intervall, immer gleich groß. Das wissen wir schon vom Zeichnen des Steigungstreiks.